Servus Dragon Age Freunde. Heute habe ich für euch die besten Informationen, denn BioWare hat ein neues Addon rausgebracht für Dragon Age Inquisition. Ich werde im Hintergrund Screenshots vom neuen Addon durchlaufen lassen. Kommen wir zu den Informationen. Ganz still und heimlich ist es heute auf dem Marktplatz erschienen ohne Vorankündigung und heißt Harkons Fänge. Das Addon spielt in der Wildnis südlich der Berge von Tedas. Dort befindet sich die Heimat der Avar, einem volkfreier Jäger. Ihr müsst das Rätsel um den letzten Inquisitor und dem Drachen lösen. Außerdem entdeckt ihr eine alte Tevintha-Festung, dort müsst ihr ein gefährliches Geheimnis lüften. In dem Addon werdet ihr auf neue legendäre Gegner treffen und erlangt dadurch legendäre Waffen und Rüstungen. Und wie es immer so ist, müsst ihr euch am Schluss einem mächtigen Kriegsgott stellen, der die Welt vernichten will. Das war es mit dem Video. Ich vermute es war die beste News für euch in dieser Woche. Jeder hat ja auf den Dragon Age Inquisition Addon gewartet. Ab sofort könnt ihr es im Store runterladen. Der Preis beträgt 14,99 Euro. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein!